Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich es nun doch gewagt, ein neues Let's Play zu beginnen, und zwar The Legend of Zelda The Minish Cap. Drücke Start, machen wir direkt. Sprache ist schon Deutsch. Geben wir doch direkt mal meinen Namen ein. Okay, Datei wird erstellt. Möchte das Geld ausschalten. Sieht er dann aus. Sorry. Starten, ja. Starten, mein Freund. Vor langer, langer Zeit, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte, stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das scheint dieses Mal unser Haus zu sein. Das erinnere mich ein bisschen an A Link to the Past. Und wer ist denn das da? Ist es etwa Prinzessin Zelda? Obwohl ich mich frage, warum sie dann in A Link to the Past so brünett aussieht, wenn sie hier jetzt doch blond ist. Das ist nur gut. Puff, puff. Mhm. Wer bist du? Guten Tag, Uncle Almerich. What the fuck? Hoppla, die kleine Zelda. Bist du von uns alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Evil? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minishfest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Evil dorthin gehen will. Dürfen wir? Och, so ist das. Evil hat mir gestern bis spät in den Nachbarn der Arbeit geholfen. Evil schläft noch. Wie immer. Steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas zum Schloss abliefern. Das könnte Evil dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Evil. Hallo, Evil. Wir schlafen wie in jedem Teil. Irgendwie. Wenn ich das jetzt, ja. Was hat er denn da? Hat er eine Blume auf dem Korb oder was soll das sein? Dun-dun-dun-dun. Ich kann im Kreislaut wie Bass rollen. Huah, heu ja, heu ja, huah. Bevor ich jetzt die Treppe runtergehe, erst einmal ein frohes neues Jahr an euch alle. Ähm, denn wir haben heute den 2.01.2012. Ha, ja. Ich hoffe, dass ihr alle erfolgreich sein werdet. Natürlich gesund bleibt. Und, ja, dass eure Vorsätze von euch auch erfüllt werden. Und nicht nur so da sind, um irgendwas gesagt zu haben. Ja. Ah. Schmacht. Oh, Evil. Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minischfest gehen möchte. Hallo, Evil. Komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Albrecht hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Fällt euch auf, dass immer der da redet irgendwie hier am Umherrennen ist? Die laufen immer auf der Stelle. Ob die da irgendwie Stepperobig bei machen? Ich weiß auch nicht. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Es aussieht wie ein Kuss gerade. Schwert ist alberig erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib acht, dass hier nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Ankel. Also Evel, auf in die Stadt. What the fuck? Roten Rubin. Ist gleich 20 grüne Rubine erhalten. Was für ein Glück. Kann man den auch hochnehmen? Okay. Er geht ja so cool. Was ist das denn? Furzt er? Ah cool, er furzt sich vorwärts. Mhm, 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 okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Oder brennt ihm der Arsch? Feuer! Okay, reicht. Mit seiner Blume im Haar. Hey, hier bin ich hier. Hat er rote Stiefel an? Der geht so komisch. Was hat die denn für eine scheiß Lache? Evel, komm, beeilen wir uns. Hier entlang, na los, beeil dich. Boah, geh mal nicht auf den Zünder. Ich gehe so schnell, wie ich will. So, das ist Stadt Hyrule. Steht das hier vorne nicht drauf? Stadt Hyrule, links Welt von Tabanta, Tabanta, so. Rechts Tülo, jawohl. Okay. Interessant. Wie sehen die denn alle aus, ey, Hilfe? Guck mal, Evel, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen da hin. Wie schnell die rennen können, ey, das ist sehr grauenhaft. Willkommen auf dem Mini-Fest, heute ist auch 100. Jubiläum, vielleicht kommen ja Minnisch in die Stadt. Ganz bestimmt. Stadt Hyrule. Gut, dass das nochmal auf dem Schild steht, sonst hätte ich auch nicht gewusst, dass ich da jetzt schon bin. So soll das hier oben eine Gelande sein, oder was soll das sein? Na, egal. Puh, ich will Piram, ich will das Fass vorzubereiten, ein tolles Fest, oder? Ah, Evel, hast du Spaß? Dieses Fest ist das Gerüst in Hyrule, deshalb sollte man es genießen. Die Mini springen uns Menschen Glück mit. Ah, wann kommt vor das Glück zu mir? Ah, Zelda steht hier, das sieht irgendwie ein bisschen lustig aus. Sie habe ich schon gesprochen, was bist du für einer? Viele schöne Sachen, die ganz viel Freude machen. Nehmt an der Lotterie teil und erspielt euch absolute Topgewinne. Später. Ah, nur wer gut ist, tut, soll die Mini straffen können. Scheiße, dann habe ich mal verkackt. Hm, ich glaube nicht an die Mini, ich bin noch kein Kind mehr, diese Mini gibt es doch gar nicht. Evel, hör doch mal die Geschichten erzähl dazu. Hey, was ist das da? What the fuck? Vor langer, langer Zeit wurde unsere Zeit von Ungeheuer in einem gesucht. Wir Menschen waren hilflos. Da erschienen die Minish. Sie gaben uns das Schwert des Lichts. Mit Hilfe dieses Schwertes konnten die Monster besiegt werden. Wir konnten wieder in Frieden leben. Als Dank für die gute Tat der Minish feiern wir jedes Jahr dieses Fest. Die Minish erscheinen nur guten Menschen. Wer Schlechtes tut, kann sie nicht treffen. Hm, interessant. Jedes Jahr bei Minish, es gibt es ein Wertkopfdornier. Das ist dieses Jahr schon zu Ende. Ein düsterer Mann hat diesmal gewonnen. Gerne. Ich bin auf dem Weg und Schleuse erholt. Wann ist das im Norden vom Schwertkampf zu mir? Ich bin ein wenig hungrig, ich frisste dich auf. Gemüse, frisches Gemüse, beste Ware zu sein, zu meinen Niedrigpreisen. Oh, ja, das Fest ist wunderbar. Und meine süßen Früchte machen das Fest, na, wundervoller Okay. Die Leute gehen mir auf die Nerven, immer nur Minish, Minish. Das ist doch nur ein Nähchen. Ich bin zum allerersten Mal auf diesem Fest. Wo sind dann diese Minish? Da oben ist Zelda, ich hab sie schon gesehen. Wo bist du denn? Ja, ich war lange auf Reisen und kam wegen des Festes in die Stadt. Stadt Hyrule ist wirklich schön, ich will ein Gedicht darüber schreiben. Ich hab keinen Bock, jetzt mit dir umzusprechen. Minish gibt es also wirklich? Vater behauptet es auch immer. Hey, was ist das da? Zelda, verdammte Scheiße. Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt. Wer wohl gewonnen hat? Hm, und jetzt? Gehen wir dahin. Ach, dahin. Ich hab falsch betont, sorry. What the fuck? Ich hab die Glocke gelohnt, es gibt Essen. Hauptgewinn! Unglaublich, du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, such dir etwas aus. Da hätten wir einen herzförmigen Stein. Sieht aus wie ein Herzteil. Oder ein schönes, großes Juwel. Oder aber einen kleinen Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel? Der herzförmige Stein ist auch sehr hübsch. Such dir aus, was dir gefällt. Hä? What the fuck? Ich nehme den kleinen Schild. Diese Teil einer waffelt die Frau, oder was? Wieso? Warum? Wieso denn das? So ein Schild ist wieder schön auch kleinsam. Hier zum Beispiel. Der Herz von mir, Gestein. Ist doch hübsch, oder? Oder hier, das Juwel. Eine wahre Augenweide. Oder einfach nicht? Diese beiden Sachen sind doch viel besser als der Schild. Nein. Ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch. Aber gut. Hier, bitteschön. Der kleine Schild. So, den schenke ich dir. Der Schild steht evil gut, nicht wahr? Oh, du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Lege ihn im Itemmenü auf A oder B. Halt dir den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Ein Geschenk von Zelda für dich. Oh, ja. Oh, ja. Ja, wirklich. Du siehst toll, der mir da ausschmacht. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon zu spät. Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm evil, gehen wir. Pups, 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 Pups. Das sieht aus. Sammels du? Moment mal, Leute. Mal ganz im Ernst. Rotze? Ist das hier Rotze, was da bei ihm runterhängt? Was erzählst du? Ich bin kein Mannes gegen die Schild, kann ich bald mit dem Mädelspielen. Was zum Teil sind diese Viecher überhaupt? Kein Plan, beginnig. Im Übrigen, bevor ich jetzt nochmal weitergehe und das Spiel vorantreibe, sage ich mal, äh, ich spiele es blind das nochmal am Anfang äh, obwohl der Stutzi 182 das vor kurzem erst gespielt hat gut, dieses Jahr noch nicht, aber es war letztes Jahr ähm und der Toasty 534 spielt derzeit auch The Legend of Zelda The Minish Cap ich hoffe, da schaut ihr auch mal rein und zusätzlich hoffe ich natürlich, dass ich nicht ganz so schlecht spiele ne, weil wäre peinlich und so nochmal gucken also dein Liebel, lass uns zum Schloss gehen die Musik ist irgendwie seltsam da, da, was steht hier drauf Schloss Heiwul oben nach unten Stadt Heiwul links ist der Gongolberg rechts ist der Hüliasee, der ist mir bekannt, ja Aua das sind die Hände Dekus von denen die Soldaten erzählt haben sie belästigen Passanten eine echte Plage, diese Laubkerle Heiwul, tu doch etwas kommen wir nicht zum Schloss wenn du diese Nüsse abwerfst kommen wir bestimmt irgendwie weiter naja Tupen, Herr Landwählen, dann los ich kam doch in die Stadt, um auf dem Festgeschäft zu machen aber ich bekomme keine Worte, sondern Nüsse aus dem Mund alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe so wird das nichts mit den Geschäften also zurück ins Heiwulige Dunkel ja, da verpasst ich mal ah, die altbekannte Musik oder Melodie der Hände Dekus sah süß aus aber er spuckt mit Nössen naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab da, bisschen tanzen komm, Sala, lass uns tanzen let's dance okay, genug im Kreis rum geschoben jetzt können wir weitermachen hua da, 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 da bist du denn? oh, du hast das Schwert mitgebracht damit ist das Schwert offiziell zurückgekommen, registriert in wenigen Minuten wird die Siegeherung beginnen ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen also bespielt der Heiwul das Fist war toll, nicht? wieder um sie, darf ich mitkommen da du schon hier bist, Heiwul bleib doch zur Siegerehrung okay 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 Evo, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? man nennt es Schwert der Minish es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre das Schwert berühren zu dürfen ähm bist du denn? bist du der Pfarrer diesmal? das ist so wie komischo wir beginnen nun mit der Siegerung der Sieger wie? Fati? Fati? aber Fati! okay, ich nenn ihn Fati oder ist er Fati? Wati na, ich sag mal Fati der Sieger, Fati nochmal der Sieger, Fati, möge hervortreten wie siehst du denn aus? schlafen zu werden? so mit Schlappen? hm okay hehehe hehehe hätt ihn nicht gedacht, dass es so gut klappt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste was ich suche ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen okay wusch what the fuck hehehe keiner wird mich aufhalten nur der Sieger bekommt einen Kuss äh das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht auf diesen Moment habe ich gewartet oh Magie ist im Spiel das Schwert ist abgebrochen ok ok die Erde bebt oh Zelda super Schutzschild die hat ganz schöne Rusch auf den Wangen kann das sein? wer bist du? was soll das? die Prinzessin mit der Kraft des Lichts wenn ich mich nicht um sie kümmere wird sie mir später im Weg sein vergiss es alter ich werde es zu verändern wissen durch meinen Fluch werde sie stein what the fuck naaa dün 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 hehehe das passiert allen die sich mir in den Weg stellen dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen what the fuck hehehe was ist denn das? eine leere Kiste da war eine Monster in der Kiste? hm na auch gut ich weiß dass sich das Forst in dieser Welt befindet ich werde in Ruhe danach suchen hehehe mit dieser Einstellung mache ich mal gerade einen Cut und würde behaupten im nächsten Part geht es weiter Tschümmelö und Tüdelö tün tün ich